Ein herzliches Hallo aus dem Gazi-Stadion auf der Waldau zum Spiel der Stuttgarter Kickers gegen den SV Waldhof Mannheim. Es ist der 19. Spieltag in der Regionalliga Süd heute und der Tabellenführer, die Stuttgarter Kickers, spielen gegen Mannheim den Tabellenzehnten. Es ist also auch ein Baden-Württemberg-Derby heute mit sehr viel Brisanz. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Kommentator für das heutige Spiel, Johannes Röckinger.